Wer schlau ist, kauft antizyklisch, hat mein Papa immer gesagt. Hier kommen fünf Gründe, warum du jetzt im Winter bei Schnee, Regen und Kälte ein E-Bike kaufen solltest. Hi, hier ist der Markus vom Fahrgeschäft Fitbikes. Ja, Thema E-Bike kaufen, antizyklisch kaufen, warum sollte man das machen? Tipp Nummer eins, Fahrradgeschäfte sind Saisongeschäfte. Das heißt, wenn der Schnee weg ist im Frühjahr, ist im Laden einfach nur Bums, 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 Bums voll. Selbst wenn das Fahrgeschäft nicht läuft, sind alle voll im Sommer. Wenn du jetzt im Winter ins Fahrgeschäft gehst, dann wirst du eine sehr entspannte, sehr entschleunigte, sehr ruhige Zeitung finden. Und auch mit Mitarbeitern in diesem Fahrgeschäft, die auch deutlich entspannter sind. Weil einfach die meisten ins Fahrgeschäft gehen, wenn sie es brauchen. Das heißt, wenn der Fahrrad kaputt ist, wenn die Sonne draußen scheint, wenn sie sich jetzt vorstellen könnten, Fahrrad zu fahren. Und wenn du jetzt nächstes Jahr den Plan hast, dir ein Fahrrad zu kaufen, dann mache das zu diesem Zeitpunkt. Denn dann hast du eine komplett entspannte, entschleunigte, teilweise wahrscheinlich eine deutlich freundlichere Atmosphäre in dem Fahrgeschäft. Weil einfach nicht alle so unter Hektik sind. In der Saison ist einfach alles voll und im Winter ist es super ruhig normalerweise. Und du kannst ganz in Ruhe, ganz entspannt dein neues Fahrrad aussuchen. E-Bikes sind momentan absolut im Trend. Und es ist ein bisschen so wie früher im Mountainbike-Bereich, wo die einfach nur so verteilt worden sind. So stark ist es nicht. Aber wir haben ein Riesenproblem. Und das ist die Verfügbarkeit der einzelnen Modelle. Das heißt, es kann sein, dass wenn du im Februar, März, April, Mai, Juni nach einem E-Bike schaust, du keins mehr bekommst nach deinen Vorstellungen. Weil die teilweise schon komplett ausverkauft sind. Also stellen wir uns mal vor, du hast eine besondere Vorstellung oder eine besondere Farbe oder sonst irgendwas. Oder eine besondere Größe, weil du entweder sehr groß oder sehr klein bist. Dann guck unbedingt jetzt nach einem E-Bike. Und nicht erst im Frühjahr, wenn es alle machen. Weil es einfach sein kann, dass du deine Vorstellungen nicht mehr bekommst, weil die schon ausverkauft sind. Ja, wir hatten das letztes Jahr ein paar Mal. Da waren Leute früh dran. März, April, Mai, Juni. Die mussten entweder super lange warten oder es war einfach für die Saison komplett ausverkauft. Lieferzeiten. Ein Riesenstichwort im Jahr 2018. Wir haben Kunden, die teilweise ein, zwei, drei Monate auf ihr Fahrrad warten mussten, weil die Hersteller in der Produktion nicht hinterherkamen. Also auch Simplon waren so begehrt, dass die es nicht mehr geschafft haben, schnell hinterher zu produzieren. Da gab es Modelle, die haben zwei Monate Lieferzeit gehabt. Also wenn du rechtzeitig zum Start dein Fahrrad haben möchtest, dann plane die Lieferzeit ein, indem du jetzt schon nach deinem neuen Fahrrad suchst. Winterzeit ist einfach im Fahrgeschäft Schnäppchenzeit. Schau dir dieses Fahrrad an. Das kostet normalerweise 3.199 Euro. Und obwohl es bei uns eigentlich überhaupt keine Rabatte gibt, haben wir trotzdem das ein oder andere Modell, wo es sich absolut lohnt, das jetzt zu kaufen, weil es bei uns rabattiert worden ist. Das kostet uns beispielsweise 3.199 Euro und wir kaufen jetzt bei 1.999 Euro. Das ist ein Vorführrad, da sind wenige Kilometer drauf, aber diese Farbe gibt es nicht mehr. Das heißt, du hast überhaupt keinen technischen Nachteil. Das ist top in Ordnung, top in Schuss, aber du zahlst einfach 30% weniger als normalerweise. Also wenn du ein Schnäppchen suchst, dann schau jetzt in der Winterzeit. Und wenn du sagst, ich wollte immer mal schauen, ob Fitbikes und das passende Fahrrad für mich hat, dann nutze die Kontaktmöglichkeiten in der Beschreibung, ruf uns an, schick uns eine E-Mail. Wir helfen dir gerne, auch wenn du vielleicht nicht aus München kommst. Der letzte Punkt, warum du jetzt nach deinem Fahrrad schauen solltest. Du kannst die Saison dann entspannt angehen. Vielleicht bist du in einem Stammtisch oder in einer Gruppe von mehreren Fahrradfahrern. Und wenn du jetzt nach deinem Fahrrad schaust, dann kannst du dich auf die Saison freuen und kannst schon direkt, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, kannst du direkt loslegen. Du musst das Fahrrad nicht zum Service bringen, weil du hast ein neues Fahrrad. Du musst dich nochmal in das Getümmel reinbegeben, wie alle deine anderen Freunde. Du kannst einfach schon die ersten Sonnenstrahlen nutzen und entspannt in die nächste Saison starten. Also natürlich, wir sind ein Fahrgeschäft. Im Winter ist wenig los, aber die Vorteile für dich als Endkonsument, also als Fahrradfahrer, sind einfach überwiegend. Mein Papa war früher schon immer sehr, sehr schlau mit dieser Aussage. Er hat günstiger eingekauft, er hat die volle Auswahl gehabt, er war startklar in der Saison und nutze doch diese Zeit. Wir haben fast überhaupt keinen Schnee, es ist nicht wirklich Schlechtwetterzeit in irgendeiner Form. Das heißt, du kannst auch jetzt Probe fahren, musst halt ein bisschen, dich werden mal einpacken. Aber es gibt so viele Vorteile, jetzt nach einem Fahrrad zu schauen und nicht damit alles anders machen. Wenn du jetzt sagst, okay, hört sich einigermaßen schlau an, vielleicht stimmt es ja, was der Markus sagt, kontaktiere uns gerne, schreibe uns gerne, ruf uns an. Wir haben noch das ein oder andere Schnäppchen für dich. Wir beraten dich aber auch gerne für Modelle für nächstes Jahr, weil da sind auch ein paar neue Innovationen da. Muss nicht nur ein E-Bike sein, kann ja auch ein Rennrad, ein Mountainbike, ein Start-Tracking-Rad sein, aber natürlich auch, wenn es um das Thema E-Bike geht. Das waren fünf Gründe, warum du dir jetzt nach einem E-Bike umschauen solltest. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schreibe gerne einen Kommentar und lass uns ein Like da. Und wenn du, ja, wir machen noch ein paar Schnäppchen sozusagen zur Black Week oder was auch immer das alles heißt. Also es lohnt sich vielleicht, sich in den Newsletter einzutragen. Dann kannst du mal schauen, was in den nächsten Tagen, Wochen und so kommt. Und wenn es dich nervt, kannst du dich wieder abmelden. Hast nichts zu verlieren, vielleicht nur viel zu gewinnen. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.